Hallo, hier ist Peter von easydav.de. In diesem Video zeige ich euch die ersten Schritte unseres brandneuen wichtigen Features unseres Gastfamilienprojekts, nämlich des Forums. Du findest unser Forum oder unsere Foren hier. Und das allererste, was du tust, bitte, wenn du hier auf die Seite kommst, ist dein Profil richtig einzustellen. Wir gehen mal auf mein Profil. Hier habe ich ein Testprofil angelegt. Hier ist schon ein Avatar drin. Bei dir ist hier noch nichts, beziehungsweise einfach nur eine Silhouette. Und als erstes ändern wir unseren Avatar. So heißt das hier. Wir gehen also auf Foren, mein Profil, Avatar hochladen oder ändern. Und hier sind wir nun. Hier steht, klick hier, um ein Bild auszuwählen. Ich klicke drauf und wähle zum Beispiel hier von einem Familienbild ein Foto aus, lade das hoch. Und jetzt siehst du, das Bild ist viel größer als das, was später angezeigt wird. Hier steht ein Button Crop. Das heißt, ich muss dieses Bild jetzt noch zuschneiden. Und dafür klicke ich auf die linke Maustaste und ziehe jetzt. Und du siehst, wie sich unten das Vorschaubild verändert. So. Ich möchte mein Gesicht ausschneiden. Crop heißt ausschneiden. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Und jetzt achte ich darauf, dass ich möglichst ein Quadrat hier hinbekomme, denn wenn es kein Quadrat wird, wir sehen hier, dass die Vorschau gar nicht 100% aussieht wie das Bild hier oben. Das macht aber nichts. Wir verschieben einfach unser Quadrat so lang, bis es hier unten in der Vorschau korrekt aussieht. Und zwar machen wir das möglichst als Quadrat, sonst wird es verzerrt dargestellt, wie du siehst. So. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Jetzt schneide ich das aus. Und du siehst jetzt, so sieht mein Avatar aus. Okay. Als nächstes wollen wir unseren Anzeigename korrekt eingeben. Ich gehe hier jetzt auf Profil und Passwort bearbeiten. Das ist die nächste Seite für wichtige Einstellungen. Und die gehen wir jetzt mal durch. Als erstes kannst du deinen Anzeigename einstellen. Ich gebe jetzt hier einfach mal Peter ein. Und immer am Ende auf Aktualisieren klicken. Jetzt schauen wir uns nochmal mein Profil an. Und jetzt steht hier Peter drin. Und jetzt gehen wir Schritt für Schritt das alles mal durch. Achtung, eine ganz wichtige Anmerkung. Die Einstellungen, die du hier vornehmen kannst, wirken sich ausschließlich auf unser Forum aus. Sie haben nichts mit deinen Bezahldaten zu tun. Die kannst du nur direkt bei Digistore ändern über die Bestätigungs-E-Mail, die du erhalten hast. Hier kannst du deinen Vor- und Familiennamen eintragen. Das spielt aber für das Forum keine Rolle. Das ist nicht sichtbar. Dann kannst du hier deine E-Mail-Adresse ändern. Und diese E-Mail-Adresse ist nur wichtig für Nachrichten aus dem Forum. Wenn du eingestellt hast, wofür du Nachrichten erhalten möchtest, kannst du hier wählen, auf welche Adresse die Nachrichten geschickt werden. Und mit dieser E-Mail-Adresse loggst du dich auch ein. Wenn du hier eine andere angibst, musst du die zum Login wählen. Das ist dein Benutzername dann. Okay, dann gehen wir runter zu Stadt und Land. Hier geben wir jetzt ein, wo ich wohne. Das aktualisiere ich jetzt und dann wirst du sehen, hier taucht jetzt eine Google-Karte auf. Hier können also dann die anderen Nutzer, die anderen Mitglieder sehen, woher du kommst. Manchmal, wenn das Browserfenster ein bisschen kleiner ist, verschwindet hier die Detailinformationen. Aber wenn du auf die Karte klickst, wird dir alles riesengroß angezeigt. Ich mache das wieder weg und ziehe das Browserfenster wieder so, wie es war. So. Und wir gehen weiter. Hier kannst du ein neues Passwort wählen, mit dem du dich einloggen möchtest. Wenn du hier das Passwort änderst, du musst es zweimal eingeben und dann da unten auf aktualisieren klicken, dann wirst du automatisch ausgeloggt und musst dich wieder neu einloggen. Hier kannst du einstellen, wer deine Profilinformationen sehen soll. Damit ist in erster Linie hier diese Karte gemeint, deine Informationen zu deinem Wohnort. Sollen das alle Mitglieder sehen oder nur ich oder meine Freunde? Das kannst du wählen. Der Punkt Öffentlichkeit, den kannst du ignorieren, denn wir haben keine Öffentlichkeit. Wir haben nur diesen Mitgliederbereich. Nur Gastfamilienmitglieder haben Zugang zu diesem Forum. Alles, was du hier schreibst, bleibt innerhalb der Gastfamilie. Diesen Punkt kannst du also ignorieren. Dann kannst du eben hier zu jedem Punkt einstellen, wer Zugang zu den Informationen haben darf. Wenn du Beiträge schreibst auf einer Pinnwand von jemand anderem zum Beispiel. Wer darf das sehen? Wer darf deine Freundschaften sehen? Die Freundschaften sind das hier. Du siehst, wenn du neu hinzugekommen bist, hast du mindestens drei Freunde. Du hast diese drei Freunde, nämlich deine Gastfamilie, schon angelegt und später zeige ich dir auch, wie man neue Freunde hinzufügen kann. Das machen wir in einem anderen Video. Wer darf also sehen, welche Freunde du hast? Das kannst du hier festlegen. Und darf dein Profil im Verzeichnis sichtbar sein? Ich erkläre dir gleich, was das Verzeichnis ist. Hier kannst du wählen, wer dich finden darf im Verzeichnis. Der nächste Punkt ist der Profil Header. Hier kannst du jetzt auch ein neues Bild auswählen. Der Header ist das hier. Ich zeige es dir. Das ist der Profil Header. Alle haben hier das schöne Rheinwasser zunächst einmal drin und das kannst du durch ein persönliches Foto gerne ändern in den genannten Einstellungen eben. Du lädst dir einfach ein neues Bild hoch. Achte darauf, dass es ein Seitenverhältnis von 4 zu 3 hat. Das ist eigentlich normales Fotoformat und mindestens 800 Pixel breit, damit es scharf dargestellt wird oben im Header. Wenn es kleiner ist, wird es unscharf. Größer darf es gerne sein. Das macht nichts. Achte aber darauf, dass es nicht zu groß ist, sonst wird deine Seite etwas langsam, weil immer wieder dieses Profilbild geladen werden muss. Guck, dass es nicht viel größer als 800 Pixel ist. Und hier kannst du noch ein bisschen was über dich schreiben, wenn du möchtest. Wir können das auch leer lassen. Ich lösche das mal und aktualisiere. Dann zieht dein Profil so aus. Dieses Feld ist jetzt leer. Und ich schreibe da wieder was rein jetzt. Und aktualisiere. hier ist es wieder. Okay. Schauen wir uns an, was es noch so gibt. Hier kannst du noch eine Signatur jedem deiner Beiträge anhängen, wenn du etwas in den Foren postest. Und wir schauen uns gleich an, wie das funktioniert. Du siehst, leider sind manche Informationen noch auf Englisch. Das liegt daran, dass das ganze Plugin ein Englisches ist. Und das meiste konnte ich übersetzen, aber ich komme nicht an alle Bereiche ran, vielleicht in Zukunft. Also hier ist eine Signatur, eine Unterschrift, die unter jedem deiner Foren-Posts erscheinen wird. Du kannst hier entweder eine Datei hochladen, wenn du eine Grafik drunter setzen möchtest oder du kannst hier irgendwas, einen netten Spruch schreiben oder so. Und hier kannst du einstellen, wann du eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten sollst. Ob du für deine eigenen Foren-Beiträge eine E-Mail erhalten willst oder ob du eine E-Mail erhalten willst, wenn dir jemand eine Nachricht schickt. Es macht Sinn, dass du dieses Feld aktivierst. Das kann ich leider auch nicht auf Deutsch übersetzen. Das heißt, dass du E-Mail-Nachrichten erhältst, wann immer jemand auf deinem Profil aktiv ist. Okay, wir aktualisieren das. Dann sind wir zunächst mal fertig damit und wir gehen erstmal wieder auf dein Profil. So, unser Profil ist eingestellt. Hier oben siehst du immer, wenn du irgendwelche Mitteilungen erhältst, wenn zum Beispiel jemand an deine PIN-Wand etwas postet. Das können nur deine Freunde, die können hier was hinschreiben. Dann siehst du später hier, dass du eine Mitteilung erhalten hast. Und hier ist natürlich deine Herkunft angegeben und hier sind deine Freunde. Diese Liste ist maximal, hier werden maximal zehn Freunde angezeigt. Ich zeige dir später, wo du alle Freunde findest. Kann ich auch jetzt machen. Wenn du auf alle Freunde gehst, findest du hier alle deine Freunde aufgelistet. Wir gehen wieder zum Profil und von hier aus jetzt, wenn du wissen möchtest, wer ist denn noch so aktiv in der Gastfamilie, dann gehst du hier auf die Foren. Das ist ganz wichtig. Der zweite wichtige Schritt, dann siehst du hier eine Liste von Mitgliedern, die zuletzt aktiv waren. Das ist das sogenannte Verzeichnis. Auch hier werden maximal zehn angezeigt. Hier kannst du das Verzeichnis alphabetisch sortieren, wenn du alle sehen möchtest, die mit K anfangen, beziehungsweise eine Zehnerliste. Dann sind sie jetzt hier nach dem Buchstaben K sortiert, nach dem letzten Login oder nach A und so weiter. Wenn du die Sortierung wieder alphabetisch gemischt haben möchtest, dann kriegst du einfach irgendeinen anderen Menüpunkt an. Vielleicht gehst du kurz zu den Videos und wieder zurück zu den Foren. Und jetzt werden sie wieder alphabetisch gemischt dargestellt. Es geht jetzt nur nach der Zeit des letzten Logins. Okay, hier musst du nun deinen zweiten wichtigen Schritt vollziehen. Nachdem du deine Profilinformationen aktualisiert hast, gehst du hier ins erste Forum, stell dich den anderen Mitgliedern vor. Du siehst, eine Person hat sich bereits vorgestellt und ich habe geantwortet. Ich klicke jetzt hier drauf. Sehr wichtig, du solltest dieses Forum abonnieren. Das mache ich jetzt mal. Wahrscheinlich ist es bei dir bereits abonniert, denn so habe ich es eingestellt. Dann steht bei dir, du hast das Forum abonniert. Und das bedeutet, dass du immer eine E-Mail bekommst, wenn es einen neuen Foreneintrag hier gibt. Und jetzt kannst du einfach ein neues Thema eröffnen. Ich schreibe jetzt hier rein. Hallo, ich bin Peter aus Deutschland. Dann schreibst du irgendeinen Text in die Box. Hier unten diese Box sollte markiert sein. Hier steht, dass du eine E-Mail empfangen möchtest, sobald jemand auf deinen Kommentar antwortet. Das ist sinnvoll, dass du das hier abgehakt hast, so wie jetzt. Und dann klickst du einfach auf neues Thema eröffnen. Das tue ich jetzt nicht, sonst werden alle anderen durch meinen Testbeitrag genervt. Ich gehe jetzt einfach mal wieder zurück. Und hier kannst du einfach selbst dich ein bisschen umschauen. Ich zeige dir noch, wie man grundsätzlich zu diesem Forum kommt. Zu den Foren. Entweder hier über die Hauptnavigationsleiste, indem du auf Foren klickst, oder eben hier im Untermenü. Die beiden Links sind identisch. Gut, und wir gehen wieder zurück zu meinem Profil. Noch eine kurze Anmerkung zum Schluss. Dieses ganze Forum ist momentan noch abgekoppelt von unserem Kommentarsystem unter den Videos. Die funktionieren weiterhin über Discuss. Die werden irgendwann später hoffentlich verknüpft mit dem Forum auch. Aber die Kommentare unter den Videos macht ihr bitte weiter, wie gehabt. So, das war es mit dem ersten Video. Tschüss für heute.